Willkommen zu einer weiteren Einheit des Arbeitsbuches Makroökonomik und Wirtschaftspolitik. Heute mit einer Einheit zum Thema Märkte und Gütermarkt. Schauen Sie die Aufgabe einmal an, was wir hier machen sollen. Als Hintergrund, dem durchschnittlichen Haushalt steht ein Budget in Höhe von 200 Euro zur Verfügung und im Bedarf an den beiden Gütern Brot X1 und Wasser X2 zu decken. Eine Einheit Brot kostet hierbei 2 Euro und eine Einheit Wasser 1 Euro. Als ersten Teil der Aufgabe stellen Sie die Budgetgerade auf und skizzieren Sie deren Verlauf. Zweiten Teil, angenommen die Haushalte befinden sich auf der folgenden Indifferenzkurve, das ist hier dieses U von X1 und X2 gleich X1 mal X2, dann berechnen Sie das Haushaltsoptimum und leiten Sie die Nachfragekurve für das Gut Brot her. Das heißt, wir haben hier zwei Teilaufgaben. Einerseits sollen wir das Haushaltsoptimum bestimmen, andererseits sollen wir allgemein die Nachfragekurve für das Gut Brot, also wenn wir genau hingucken, hier für das erste Gut bestimmen. Fangen wir mit dem ersten Teil einmal an. Im ersten Teil sollte man die Budgetgerade aufstellen. Das kann man auch schon relativ einfach machen. Budgetgerade ergibt sich immer als das uns zur Verfügung stehende Budget gleich Preis des ersten Gutes mal Menge des ersten Gutes plus Preis des zweiten Gutes mal Menge des zweiten Gutes. Warum ist das der Fall? Naja, Preis des ersten Gutes mal Menge des ersten Gutes ist ja nichts anderes als, wie viel kaufe ich von dem Gut, wie viele Einheiten kaufe ich von dem ersten Gut und wie viel muss ich insgesamt dann dafür bezahlen. Dasselbe mache ich für das zweite und das muss gleich mein Budget sein, weil ich natürlich nicht mehr Geld habe als mein Budget, aber schon versuche, mein Budget möglichst auszuschöpfen, weil wenn ich mein Budget nicht komplett ausschöpfe, könnte ich ja immer noch mehr konsumieren und dadurch meinen Nutzen steigern. Das heißt, hier haben wir die allgemeine Gleichung und jetzt können wir einfach nur das einsetzen, was wir aus der Aufgabe kennen. Dann haben wir nämlich 200 als Budget gleich 2 mal x1 plus 1 mal x2. Das waren die entsprechenden Preise. Und damit wir diese Gerade jetzt sinnvoll darstellen können, gehen wir hin, zeichnen uns ein entsprechendes Schaubild, fangen wir hier mit 200 auf der einen und 200 auf der anderen Achse an und dann würden wir die idealerweise nach einer der beiden Variablen auflösen. Hier würde es sich jetzt zum Beispiel anbieten, die nach x2 aufzulösen. Dann hat man zum Beispiel x2 gleich 200 minus 2 x1. Und das ist eine Gerade, die können wir hier relativ einfach einzeichnen. Hier ist es halt mit einer Steigung von minus 2. Das heißt, der Achsenabschnitt 200, Steigung von minus 2, das heißt, hier unten auf der x1-Achse, den Achsenabschnitt 100. Das heißt, damit haben wir den ersten Teil erledigt und unsere Budget gerade skizziert. Dann können wir uns jetzt dem zweiten Teil zuwenden, dem Haushaltsoptimum. Beim Haushaltsoptimum fangen wir damit an, dass wir zunächst die Lagrange-Funktion ausstellen. Lagrange-Funktion ergibt sich hier als das, was wir maximieren wollen, also unsere Nutzenfunktion, plus das Lambda der Lagrange-Funktion, mal die Nebenbedingung. Und unsere Nebenbedingung ist halt, wir müssen uns an unser Budget halten. Das heißt, wenn wir die Lagrange-Funktion maximieren, dann arbeiten wir danach, maximiere den Nutzen unter der Bedingung, dass das Budget gerade eingehalten wird. Jetzt sagte ich schon, das, was wir im nächsten Schritt machen, wir maximieren die Lagrange-Funktion, das heißt, wir leiten sie zunächst ab, stellen es gleich 0 und bestimmen damit einen lokalen Extremwert. Das heißt, im ersten Schritt, wir haben hier jetzt drei Variablen, x1, x2 und Lambda, rechnen wir die drei Ableitungen aus. Das heißt, für den ersten haben wir für x1, haben wir einmal vorne x1 mal x2 abgeleitet nach x1, bleibt x2 übrig. Und dann haben wir noch hinten den Teil Lambda mal 2x1, nach x1 abgeleitet, gibt es 2 Lambda. Das können wir dann direkt auch gleich 0 setzen und umformen. Idealerweise formt man bei Lagrange-Funktion immer nach Lambda im ersten Schritt um. Meistens funktioniert das dann auch recht gut. So, dass wir hier das auch machen und damit dann die erste Bedingung umstellen können zu Lambda ist gleich minus 1,5 x2. Das Gleiche machen wir dann für x2, Ableitung der Lagrange-Funktion nach x2. Auch hier, aufgrund der Tatsache, dass die Struktur sehr ähnlich ist, sieht das ziemlich gleich aus. Der einzige Unterschied, im hinteren Teil haben wir stehen Lambda mal x1 und das nach x1 abgeleitet ist dann plus Lambda. Auch das setzen wir gleich 0, bringen die x1 auf die andere Seite rüber, machen also minus x1 und haben damit dann unsere ersten beiden gleich. Dann haben wir noch eine dritte Ableitung, die nach Lambda und die gibt uns einfach unsere Nebenbedingung wieder. Unser 2x1 plus x2 minus 200. Auch das gleich 0 gesetzt, damit erhalten wir hier halt unsere Ausgangsbedingung, dass die Budgetgrade gelten muss, dass wir uns genau auf der Budgetgrade befinden. Jetzt haben wir die ersten zwei Sachen nicht umsonst nach Lambda aufgestellt, weil die können wir jetzt zusammenfügen. Wir setzen die beiden gleich, steht ja schließlich in beiden Fällen auf der linken Seite Lambda. Das heißt, wenn wir die zusammenführen, erhalten wir hier minus x1 ist minus 1,5 x2 oder wenn wir das Minus direkt weglassen, x1 ist gleich 1,5 x2. Wunderbar, damit haben wir schon eine Verbindung zwischen x1 und x2 hergestellt. Das heißt, wir können jetzt dieses für x1 in unsere dritte Gleichung, in die Ableitung nach Lambda, einsetzen. Das heißt, wir nehmen oben x1 gleich 1,5 x2 und setzen das für 2 mal x1 plus x2 minus 200 für die x1 ein. Das heißt, wir haben hier dann stehen 2 mal 1,5 x2 plus x2 gleich 200. Dann sehen wir schon, die 2 und die 1,5 heben sich weg. Das heißt, ich habe hier stehen x2 plus x2 gleich 200 oder anders ausgedrückt. Ich habe hier stehen 2x2 ist gleich 200. Na ja, ich teile durch 2 und erhalte dann im ersten Schritt das erste Teil der Lösung x2 ist gleich 100. Jetzt weiß ich, dass x1 gleich 1,5 x2 ist. Das heißt, hier weiß ich auch direkt, dass x1 50 ist. Damit haben wir die beiden Punkte für unser Haushaltsoptimum. Das heißt, wir können mit dieser Lösung hingehen und unseren Aufgabenteil A, da haben wir ja die Budgetgrade bestimmt, rüber kopieren und hier unser Haushaltsoptimum einzeichnen. Dann haben wir es genau hier an dieser Stelle. 50 von x1 und 100 von x2. Das wäre dann auch der erste Teil von Aufgabenteil B. Im zweiten Teil ging es darum, die Nachfragefunktion herzuleiten. Letzten Endes machen wir nichts viel anderes als im ersten Teil. Das sehen wir auch schon, wenn wir uns hier die Lagrange-Funktion angucken. Wir setzen einfach den Preis für das erste Gut, weil wir sollen ja die Nachfragefunktion in Bezug auf das erste Gut bestimmen. Wir setzen also den Preis des ersten Gutes als beliebig an. Hier jetzt als p. Das heißt, anstelle, dass unsere Budgetgrade war 2x1 plus x2 minus 200, haben wir jetzt px1 plus x2 minus 200. Das heißt, wenn wir jetzt auch hingehen, wie eben auch, im ersten Schritt rechnen wir unsere drei ersten Ableitungen aus. Das heißt, wir haben eine nach x1. Die sieht auch ähnlich aus wie vorher, nur dass wir jetzt hier haben x2 plus p mal Lambda gleich 0. Das nach Lambda aufgelöst, ist dann minus 1 durch p mal x2. Vorher hatten wir 1 halb, jetzt haben wir 1 durch p. Allerdings, wenn wir das für die zweite machen, hier ändert sich nichts. Hier haben wir jetzt auch wieder Lambda gleich minus x2, äh, minus x1, Entschuldigung. Bei der dritten haben wir lediglich die Änderung, dass wir statt 2x1 px1 stehen haben. Das heißt, wir können jetzt auch ähnlich vorgehen. Wir nehmen die ersten zwei Gleichungen, setzen die gleich und erhalten dann hier, nachdem wir einfach das Minus auf beiden Seiten wegkürzen, das Ganze mit p mal nehmen, in kurzer Form, px1 gleich x2. Das heißt, wir können jetzt auch wieder, dieses Mal jetzt am besten x2, in unserer Budget gerade ersetzen. Das heißt, wir setzen diese Bedingung, px1 gleich x2, in die dritte Gleichung, in die Ableitung nach Lambda ein. Das machen. Dann sehen wir, erhalten wir hier an der Stelle px1, das war das, was vorher schon da stand, plus px1, das ist das, was wir für x2 eingesetzt haben. Und das Ganze gleich 200. Das heißt, wir haben hier eigentlich 2px1 gleich 200. Wenn wir uns das angucken, dann sehen wir schon, wir können durch die zwei teilen. Dann haben wir p mal x1. Damit wir nach x1 auflösen können, teilen wir auch noch durch p. Das heißt, wir haben dann insgesamt x1 ist 100 durch p. Ja, und dann setzen wir das einfach oben in unsere Bedingung px1 gleich x2 ein. Das heißt, wir kriegen auch x2 relativ einfach raus. Brauchen wir aber gar nicht, weil an der Stelle interessiert uns ja nicht das Haushaltsoptimum. An der Stelle interessiert uns die Nachfragefunktion. Die Nachfragefunktion haben wir hier schon. Der einzige Nachteil hier, in der Form, ist die Nachfragefunktion als x. Die Menge hängt ab vom Preis geschrieben. Meistens schreiben wir sie andersrum. Dementsprechend macht es Sinn, hier nochmal mal p durch x zu rechnen, sodass wir hier endgültig als Nachfragefunktion p gleich 100 geteilt durch x1 bekommen. Das ist dann unsere Nachfragefunktion nach Brot. Damit wären wir dann auch am Ende sowohl dieser Aufgabe als auch dieser Einheit. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie konnten etwas hieraus für sich mitnehmen. Weitere Videos zu dem Thema und zu dem Arbeitsbuch finden Sie in der entsprechenden Playlist. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.